Das finde ich ja spitze, dass so viele Kisten da sind. Oh, da ist sogar ein Schwert drin. Gut, brauchen wir gar keinen Bau nachher. So, für irgendwas war doch noch die rote Fahrwelt, die braucht man nur für irgendwas. Aha, Moos. So haben wir hier mal alles weg, vielleicht kommen da doch die Lian irgendwie raus. Aber sieht nicht danach aus. Ja komm, endlich Lianen, aber da ist nix. Da ist nix. Aber wir können jetzt gleich mal schauen, in wie viel Stacks der das hoch ist. 27, okay. Also das ist eigentlich wahrscheinlich ganz schön viel, wo man da aufeinander stapeln kann. Das ist schon mal ganz komisch. Da steht auch noch mal ne Kiste, ne Küste. Sehen wir mal an, dass in den Kisten alles zu finden ist, was man so eigentlich auch finden könnte. So. Dann komm mal her da oben. Wir müssen natürlich schauen. Hey. Da war nix drin. Da geht's auch wieder runter. Also wir können uns eigentlich beliebig weit von zuhause entfernen. Denn wir haben ja den Teleporter. So, und was ist das hier? Aha, das geht nicht. Das ist was dunkles. Könnte Kohle sein oder so. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob es hier irgendwie Mods gibt oder so. Ne, da geht auch nix. Also wir müssen den irgendwie erweitern unseren Superhandschuh. Aber fragt mich noch nicht wie. Da bin ich immer noch. Oh mein, schau mal. Und da ist schon wieder so ein Table. Ein grüner Halbfrosch. Alter, was heißt das? Ist das ein Legor an oder was? Hey, Gary. Hey, klubschi. Hey, klubschi, klubschi nasi. Oh mein Gott, ey. Schau da voll fuchteinflößend aus. Ja, sorry, man muss sie töten, damit man zu was kommt. Hey, da ist noch mal einer da oben. Die Spawning, glaube ich, verdammt schnell wieder die Tiere. Hey, schaulich zu traurig. Ja, uh, uh. So. Jetzt mal schnell nochmal gucken. In die Tasche rein. Alle haben schon einiges bei. Also 40 verschiedenen Dinger kann man wahrscheinlich mitnehmen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch, dass man das Ganze stabeln kann. Und hier haben wir jetzt wieder so ein Crafting Table. Aber den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich brauche jetzt Lianen. So, aber wo findet man solche Lianen? So, was hast denn du für mich? So, Lianen hängen meistens an großen Bäumen. Mal schauen, vielleicht haben wir da was. Oder muss man die vielleicht aus irgendwas zusammenfriemeln? Das Problem ist ja, wir haben ja nur das Inventar so und da kann man nichts machen. Ich kann auch nichts auseinandernehmen oder irgendwas. Ne, da geht gar nichts. Da müssen wir alles herausfinden, wie das funktioniert. Aber jetzt probiere ich dann erstmal noch was anderes aus. Wir haben ja jetzt den Drang, den es da gibt. Mal schauen, wo hängen die Lianen? Lianen hängen meistens irgendwo weit oben. Oder hängen weit runter. Da hinten eine Truhe. Wir haben ja Glück und irgendwann ist hier eine Truhe eine drin. Ah, da sind mehrere Truhen. Schön. Aber wir haben ja nichts drin, was ich brauche. Ja gut, brauchen die wir vielleicht alles. Augen stehen auch wieder so ein Crafting Table. Also die stehen wirklich komplett auf der ganzen Welt rum. Das finde ich echt eine coole Sache. Äh, warum liegt da... Ach, ne ne? Das ist jetzt irgendwo ein böses Tier. Geht's weiter unten. Aber das finde ich ja schon mal cool, weil die wurden uns auch hingezeigt. Jetzt nehmen wir die mal mit. So, und hier auch. Das ist eigentlich, wenn man stirbt, hat man ja alles verloren. So, was ist jetzt da? Ah, da sind die. Ah, da sind die. Und schon wieder einen Schritt weiter. Ich glaube, ich hätte gar nicht so weit laufen können, weil ich habe irgendwo anders auch schon gesehen. Da nehmen wir mal ein paar mit. Da nehmen wir mal ein paar mit. Oh, eins. Also eine Liane. Oder möchte ich ein bisschen so schimpfen. Also was ich halt auch noch nicht weiß, ist ob die Welt auch Open End ist. Also dass man einfach läuft geradeaus und nie zum Ende kommt. Wäre auch mal cool zu wissen, aber das ist glaube ich jetzt erstmal uninteressant. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man mal die Grundformen kennt, wie, was, wo ich bauen kann und womit und warum, weshalb, wieso das so ist. Oh, da habe ich jetzt, äh, was war jetzt das Tier? Komm, lass mal schauen. Wo ist es? Wo ist es? Da. Cobblestone Blocks. Aha, ein Rezept. Äh. Ah, das hat er jetzt gelernt. Aha. Okay, kann er vielleicht das auch lernen? Nein, kann er nicht. Okay, das kann er nicht lernen. Das wäre jetzt natürlich zu gut gewesen. Aber bitte was Neues entdeckt. So. Wollen wir hier nur irgendwo was rumflacken, was wir unbedingt mitnehmen wollen? Wenn wir nicht, dann porten wir uns zurück. Ich würde sagen, wir porten uns jetzt einfach mal zurück. Teleport. Dann sehen wir nämlich gleich mal, dass es wunderprächtig funktioniert. Und. Komm. Komm. Das ist Leder. Leder, Leder. Der liegt immer noch. Jetzt baut er mich wahrscheinlich wieder zusammen. Und ich setze mich dann irgendwo in der Welt ab. Jawohl. Gut. Gut. Jetzt mal gucken. So. Das wollten wir haben. Das können wir jetzt bauen. So. Was können wir aus dem jetzt machen? Ah. Da waren neue Rezepte drin. Ah. Ah. Schau dich. Aha. Aber ich kann. Ach ja. Und jetzt. Was ist das? Extraktor. Okay. Aber ich brauche jetzt dazu. Stone. Meaning Cell. Aber ich kann doch noch gar nichts. Ah. Ne. Okay. Es kann da immer neue Rezepte hinzu. Hier können wir jetzt schon mal Dränkekräften. Die nehmen wir natürlich mit. Small Potion. Basic Hearth Potion. Okay. Ganz normale Dinger. Kann man da dann bauen. Also Heiltrinken und so weiter. So. Hier. Baume Stone. Wie kann ich aber Stone abbauen? Wie funktioniert da noch nichts? Ja. Lasst mir ja kein Stone abbauen. Außer. Warte mal. Da hat sich jetzt was verändert. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ups. Ah. Da haben wir. Doch. Jetzt. Jawoll. Es funzt. Wir können jetzt Steine abbauen. Cool. Und dann kann man nämlich jetzt auch dann die Säge basteln. Und dann können wir vielleicht Bretter bauen. Und da sind die Bretter. Können wir dann unsere Hütte bauen. Ja. Ist das genial. Aha. Was ist das hier? Das wird. Stone. Asphalt. Aha. Asphalt. Feld. Also kann man dann quasi eine Straße bauen. So. Jetzt gehen wir erstmal hoch. und schauen mal, ob wir jetzt die Maschine bauen können. So. Kräft. Jawoll. So. Jetzt haben wir die Maschine. Aha. Und jetzt können wir... Oh. Sogar einen Tisch bauen und so. Ja. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Aber. Ich verstehe jetzt immer noch nicht. Na. Nicht Ruhe. Warte. Da brauchen wir aber die halben Plötze. Wie kriege jetzt ich die halben Plötze zusammen? Was braucht man da? Stone Slap. Können wir Stone Slap schon herstellen? Nein. Kann man noch nicht. Forge. Also ein Ofen. Extraktor. Extraktor. Moment. 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 So. Extraktor. Nimm mal den. Und. Nein. Wo ist das jetzt denn? Was ist das eigentlich? Ein Fossil. Okay. Das brauchen wir jetzt sowieso nur. Nein. 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 Das geht nicht. Verdammt. So. Moos. Ah. Kann ich die vielleicht irgendwo hinstellen? Kann ich die vielleicht irgendwo hinstellen? Die Segel? Ah. Ja. Ja. Cool. Und jetzt kann ich bestimmt. Genau. Haha. Ja. Genial. Es funktioniert. Mensch Leute. Man muss nur ausprobieren. Hey. Ist das geil. geil. Da muss man ne. Da muss man ne. 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 Säge bauen. Damit es funzt. Ja. Ist das geil oder? Dann machen wir gleich mal hier noch. Da geht das nix. Okay. Aber. Man kann auch das verwenden. Ja. Das ist doch geil. Und da steht dran wie lang das dauert. Schauen wir mal wie das arbeitet. Ja. Ist das geil oder? Ja. Das ist doch geil. Das ist doch sowas von geil. Ja. Ist das geil. Entschuldigung. Dass ich das so oft sage. Aber ich finde das cool. So. Dann kann man nämlich jetzt hier. Nein. Nein. Schmarrn. Moment. So. Ah. Okay. Okay. Gut. Die Slaps brauchen wir jetzt. Nein. Ich brauche jetzt eigentlich. Was anderes. Mal schnell schauen. Irgendwas wurde jetzt mir wieder gezeigt. Was ich jetzt bauen kann. Den. Den kann ich nicht bauen. Und die Steine. Leitern. Ein Tisch. Okay. Okay. Touch it. Das ist doch mit. Mit Gras oder? Und Honig. Okay. Das haben wir noch nicht. Was ist das?